Die erste Staffel war krass. Wer dachte, der hätte schon alles gesehen bei der ersten Staffel God to Dance, der würde mich so wundern. Dieses Jahr liegen wir noch einen drauf. Die erfolgreichste Tanzshow der Band ist zurück. So habt ihr Tanzen noch nie gesehen. God to Dance. Demnächst. ProSieben. Und in Sat.1.